André Frankrohne mit Wacker Mecklenbeck, ein ganz tolles Turnier gespielt, im Finale knapp unterlegen. Ich nehme an, du bist zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Meine Meinung ist halt, dass wir extrem diszipliniert gespielt haben, am Ende auch die verdienten Finale gekommen sind. Ich habe eben schon vor dem Finale gesagt, wir sind stolz darauf, was wir erreicht haben, haben unseren Verein sehr gut präsentiert und ja, UFC macht gut fürs Tor, aber wir sind absolut zufrieden. Ihr habt sehr mutig gespielt mit der Britta als fliegender Torhüterin, habt ihr das sehr häufig geübt? Bedarf das großer Übung oder war das einfach so eine spontane Nummer? Wir haben eigentlich, also wir haben es schon geübt und auch geplant, aber eigentlich erst, dass die Britta gesagt hat, dass sie auf dem Feld nicht spielen möchten in der Halle. Kleine spontane Aktion, die dann aber am Ende auch ein bisschen geplant war die letzten zwei Wochen. Ja, ich glaube, wir haben guten Überraschungseffekt gelandet und auch eine gute Waffe, dadurch, die ein paar Spiele gehabt. Ja, UFC, dann verdient der Sieger deiner Meinung nach oder war auch mehr drin? Ja, wenn man das Finale sieht, glaube ich schon. Ich sage ja, ich spiele vielleicht auch das frühe Torhüterin in die Karten, aber man setzt sich extrem ballsicher, klaren Plan drin gehabt und in Ruhe zu Ende gespielt. Ich glaube, dann einfach auch die Erfahrung, die die haben, zeigt sich dann im Finale auch, wenn man dann auch die Führung hat. Von daher auf jeden Fall verdient der Sieger und Glückwunsch an UFC. Danke! Danke!